Schönen guten Morgen hier auf der Urge in Rosenheim, wo ich heute zu Gast sein darf. Das Instrument ist ein Instrument von 2009, von der berühmten Orgelbaufirma Rail, gebaut worden. Es besitzt 41 Register auf Rückpositiv, Oberwerk und Hauptwerk, also das dritte Manual hier ist das Rückpositiv, der Kasten hinter mir, der jetzt nicht im Bild ist, das Oberwerk, das wir direkt hier haben, das Hauptwerk und links und rechts die beiden Pedalabschnitte. Das ist ein sehr klangvolles Instrument. Wir beginnen, wie schon gewohnt, mit einer Registervorstellung. Und was bietet sich mehr dazu an, auch hier wieder mit den Prinzipalen zu beginnen. Prinzipalen im Hauptwerk. Mit dem 16-Fuß-Prinzipalen Pedal zusammen. Dazu gedeckter Presta 4 im Oberwerk. Ich kann ja einen wunderschönen Konett zusammenbauen im Positiv, also im Oberwerk. Der Prinzipalkalen-Hauptwerk ist dafür sehr wichtig. Gefühlt unspilltisch ist das Oberwerk allerdings fast etwas lauter. Mit dem 16-Fuß-Prinzipalen-Hauptwerk und das Oberwerk gemeinsam. Das hier natürlich fehlt, ist im Pedal noch entsprechend gezungen. Man hat im Hauptwerk eine Achtfuß-Trompete. Das ist leider sehr kalt hier heute. Darum auch die Zunge nicht ganz genau versteht, das bitte zu verzeihen. Im Oberwerk ein Vorwort 16. Gemeinsam mit der Kompette im Hauptwerk. Das Zungenplenum im Hauptwerk gemeinsam mit den Zungen im Hauptwerk. Die Bodel besitzt auch wunderschöne Flötenstimmen. Das Gedeckte im Rückpositiv ist auch für sich sehr tragend. Dass jetzt direkt in den Raum rausgeht, ist es im Raum präsent, dass man es erhoben hat. Die Vorflüte im Hauptwerk. Die Vorflüte im Hauptwerk. Ein ganz besonders schöner Soloregister, die Flüttraussiere im Rückpositiv. Es gibt auch im Rückpositiv, also das Rückpositiv, wenn man es im Tute spielt, gibt es auch relativ viel eher. Ein bisschen zum Einfuß drauf ausgebaut. Ein schönes Krummfall. Wir haben auch eine 2 bis 5 im Rückpositiv. Das Gedeckte ist tatsächlich hier geteilt auf Diskanten und Bassstimmen. Die Quinte zum Beispiel braucht ein Soloregister dazu. Die Barcup im Oberwerk. Und wenn es super soll, das Gems war. Die Barcup im Oberwerk. Die Barcup im Oberwerk. Und wenn es super soll, das Gems war. Wir haben auch im Beton natürlich eine ganze Zuliefer, 3.16.84. Dann gibt es ein Quintathena im Oberwerk, 8. Fluss. Dann gibt es ein Quintathena im Oberwerk, 8. Fluss. Dann gibt es ein Quintathena im Oberwerk, 8. Fluss. Die Hauptwerk, die sich nicht so los. Zusammen im Hauptwerk ein Connet 4, hier gemeinsam mit Prinzipal 8 und 4. Also man hört die 8. Stimme befehl, dann gehen Sie mal 8. zu. Das ist eigentlich ein 4-Fuß-Connet, müsste eigentlich 8-Fuß sein vom Klang her. Da müsste ich jetzt in der Disposition genau nachschauen. Spitzflöte 4 im Hauptwerk alleine gespielt. Wir haben im Hauptwerk eine Oboe und im Oberwerk eine Vox-Hulman dazu. Auchคampf mit Action. Guckkommen in ein Positiv. Gen livre ist einfach 4 im Hauptwerk. Guckkommen in ein Positiv. Man könnte jetzt zum Beispiel mit mehreren Paletten zusammenspielen, lassen wir das kommen zum Beispiel im Rückpositiv. Entschuldigung, da fehlt natürlich entsprechend die Grundstimmung. Und jetzt noch einmal. Also wirklich ein ganz hervorragendes Instrument und natürlich das Instrument im Tutti quasi, auch mit den Zungen gemeinsam. Wir haben es anfangs schon kurz gehört. Man hört hier recht noch den Nachhall. Ein Register habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Alle kann ich gar nicht herzeigen. Das ist ein 41 Register. Einfach fast schon zu viel, um hier ein kurzes wieder drüber zu bringen. Ein Register und mit dem möchte ich Sie quasi weiter überlassen oder mit zwei Registern. Nämlich der Salizep mit der Bar-Pulk im Oberwerk und mit der Viola die Gamma im Hauptwerk. Auch ein bisschen so etwas, was von Streichern hier geht. Abfluss die Gamma eben. Ja, denn Ihnen die OG gefällt. Bestens selbst einmal nach Rosenheim kommen. Man kann sicher jeden Samstag um 12 Uhr im Rahmen der Mittagsmusik Konzertant erleben und es ist auch immer wieder ein Lebensjahr zu spielen. Ich bin bereits über 20 Mal schon hier gewesen und freue mich jedes Mal wieder. Ich hoffe, diese Begeisterung kann ich ein bisschen rüberbringen und sage Danke fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte ein Like hinterlassen und wenn Sie mehr und immer aktuell informiert sind wollen, wenn sich hier etwas Neues tut, dann einfach den Kanal abonnieren. Danke und schönes Wochenende.